Ich bin größer als ihr, aber es darum ging es nicht. Es ging eher oben darum, dass er leicht oberkörperfrei ist. White Heisuke? Oh. Oh. Na. Gondosan war so. Hä? Okita hat gesagt. Aber, aber... Was ist los? Tamira, aber, aber... Something had really gotten into him. I glanced at Okita to see if he noticed anything. Tamira, ich würd auch Shizuru machen. Oh Gott. Was ist passiert, Abby, dass du sich verschluckst? Sie schreit? Übrigens auch so... Okita? Are you all white? Okita? Hast du dich erkältet? Willst du uns irgendwas sagen? Willst du Medizin? Ein bisschen. Ein bisschen. Ernsthaft? Was Okita zeigt seine Wurz? Was? Mein Gott, er ist so leicht oberkörperfrei. Was auf meinem... Danke. Es tut mir leid. Musst du jetzt an Jojo denken? Oh Gott. Komm, in Jojo laufen es gerade mit Crab Pop rum. Ihr gut. Ich mein... Hast du Okita gesehen? Hast du Fugo gesehen? Nein. Der Abendkomme läuft literally wie ein Schweizer Käse rum. Der Titel. Okita, brauchst du Hustensaft? Es ist Sommer! Bei Okita macht es... Ist das ja ernsthaft? Ah, ich sehe. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ah, ich sehe. Well, please take care of your son. Ich habe Medizin zu trinken, so ich werde dir etwas geben, wenn du zurückkommst. Also du hast noch nicht Fugo gesehen. Nein. Nein. Was ist das? Okitas Eist, lockt... Lockt... Looked past me and suddenly something caught his attention off to his side. Hey, Frau. Was ist das Verlust? Na, schon wieder sowas. Uh, what? determined... Hey, ich kenne mich doch aus dem Opening. Ah! Oh Gott, doch, doch. Das ist doch... Die Kleidung kenn ich schon. Ich kenn die Typen zwar noch, ich aber die Kleidung kenn' ich. Er kommt erst ein Parfai vor... Also, du hast noch Zeit. Ah ja, nein. Kronen 1, geh weg. But it appeared that Okita got to them first. The usual crowd shuffled away from Okita and the men as quickly as they could. No one wanted to be near the side of unsheathed blades. The Ronin's eyes found Okita's jacket and the men stiffened. To be swanah. His lips curled into a predatory smile as his hand gripped his sword. There was no mirth in that victor's grin and the Ronin's faces grew much paler. Their moods were not totally deflated yet, as their ringleader made one more attempt. The sight of two shinsengumi blue jackets standing shoulder to shoulder was enough to deter the men. The last of the color drained from their faces, and they turned tail and ran. Oh, no. You're not going to go after them? Arrest them? You don't believe it. You're a serious villain. No, I'm just going to move right now. Yes, that's right. I don't really mean it like that. Aber gern geschehen, Frau im Sakura Kimono. Ich bin Nagumo Kaoru, okay. Ich habe gesehen, als eine Frau hat Okita einen kurzen Ball gegeben. Sie war so refined, so ladylike. Und sie trägt sogar einen Sakura Kimono. Sie trägt sogar wie eine Frau. Ich wundere mich, dass ich so elegante als sie sein könnte. Ich habe nur angefangen, zu fühlen, wenn ich plötzlich eine Hand auf meinem Arm fühlte. Was? Steh nicht bei dem, sie. Guck mal, wir sehen mal unseren eigenen Charakter. Ich frage mich immer noch, ob die anderen denken, dass wir in Klaas sind. Aber okay. Als... Ja, aber Hayske hat auch so eine Frisur. Er hat sogar einen längeren Pferdezopf als wir. Pferdezopf? Ja. Aber... Von Gesicht her... Da ging Pferdezopf oder Pferdezwanz. Sagen Sie nicht beides. Bitte. Das ist wirklich schwer. Warum kein Pferdezopf? Ein Pferdezopf. Und ein Pony. Er hat einen Pferdezopf und einen Pony. Das ist widerlich. Von Gesicht her würde ich allein schon sagen, dass es ein Mädel ist. Und warum sieht sie aus, als wäre sie die Mutter von ihr? Oh Gott, raten wir mal, warum Okita sie neben sie gestellt hat. Hey, das klingt so falsch, Klax. Was? Ich weiß nicht, müssen wir das fragen. Wie sieht sie aus? Ich dachte, sie sehen sich genau gleich aus. Aber das hab ich mir eigentlich auch schon gedacht. Der Unterhalt ist so fast die gleiche Körpergröße. Wie sieht sie aus? Das ist so, als habe ich endlich herausgefunden. Sie war identisch zu dem, was ich im Schild gesehen habe. Erst dann habe ich sie realisiert. Warte mal, sie sieht aus wie ich. Ja, äh, noch mehr in der verpixelten Version. Sie sehen genauso aus wie ich dachte. Ach so, Pferdezopf klingt falsch, Klax. Sie sehen wirklich nicht gleich aus. Ja, Haiske sicherlich. Ja, ich bin ähnlich. Sie? Äh. Sie hat, äh, 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 Missverständnis, Lady. Wir sind ein HIE. Oh, ähm. I had to say something, but what? Perhaps she saw through my confusion. Or perhaps it was something else. Tschüss. With that, the girl who called herself Kaohu disappeared to the crowds of Kyoto, although the uneasiness created by her presence remade. Hey, hey. Are you so mean you're going to die? What? Uh, you have a new worm. If you see that now, Haisuke won't win Sano, right? Ha, 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 ha. Hey, was soll das heißen? The back and forth continued, but my mind was elsewhere. Last night's rain left a number of puddles on the road. And when I looked into them, I saw a strange girl who looked just like me. I looked into the chair and I saw a girl who looks like me. Is this the truth? The wind caught the surface of the puddle, sending a flurry of ripples across it. Ha, 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 ha! Alright, I'm coming! I turned and ran to what Heyski and Okita, already on their way back to headquarters. Heboshizuru! Also ich sehe nie mich wenn hier eine für Zuschauer ja klingelt, das ist auch von Kiyo. The temple was much larger than the compound in Mibu, as advertised. The whole Shinsugumi could gather in the common room with space to spare. Oh mein Gott, sie könnten mal endlich da drin stehen ohne Seite an Seite zu räumen! As Kondo spoke, his voice echoed greatly throughout the hall. Standing before Kondo, were the many proud men under his leadership, with glowing expressions. Yay, wir werden besucht von jemandem! Das ist alles gut, Herr Schoge! Das Kondo, der neue Rolle? Entschuldigung, das ist nicht so großartig. Ah, auf der in der Ecke-Dentleien und Kinn-Mun-Kind, Sie waren auch gerade so sehr, was wir nicht unbedingt haben. Sorry. Hoppla! Oh nein! Hallo, Diva! Hallo, Tagida! Wenn du Sanan am Leben wärst, Sanan da draußen im Schatten. Ich bin tot! Ich habe wirklich keine Ausbildung gemacht. Ito und his followers were told Sanan died. In fact, the entire incident surrounding his transformation had been covered up. Only a few of the men of the Shinsugumi and I knew the truth. Ito-san. 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 Ey, was für ein Anime-Klischee ist das? Herr Oda taucht auf und träumt sie. Wer? Wer? Wann hat er sich jetzt ein bisschen erkältet? Wann hat er sich jetzt ein bisschen erkältet? Ist das okay, Soji? Okita oder wer? Ja, Okita. Soji ist Okita. Er hat doch den, äh, Trollenbruch. Aber, ne? Hidikata-san ist ein kleinerer Mensch. Was sagst du? Du hast gehustet, weil du wahrscheinlich irgendwas sagen wolltest. Soll das? Was ist das für die Produkte? Wenn du was sagst, dann kannst du nicht kaufen. Das ist nicht so. Soll das. Soll das. Ich habe Okita ein ziemlich starkes Medizin gegeben, nicht zu lange vor. Soll ich wundere, ob das nicht funktioniert hat. Oder vielleicht hat er nicht eine Schmerz. Aber lieber, er ist inhalte aus der Läge von Klinge hier. Dann putzt doch mal! Dann hat jemand seine Hand aufgenommen. Hey, Suke. Wie war's? Hast du auch etwas interessiert? Also, Kondos. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Der ist also krank oder was? Super! Wieso, Jaisuke? Es geht darum, dass du alles nirgst? Dass du mich nicht spürst, du musst dir nur wissen. Ich bin ja auch Humori. Du bist ja auch ein sehr ruhig. Ich bin ja auch ein sehr süß. Und ich hab mich nicht aufgeregt. Du magst ihn wirklich, was? Er ist ein cooler Typ, nicht wahr? Ich finde ihn auch toll. Es gibt auch noch ein paar Möglichkeiten. Wir wollen uns in dem Moment arbeiten. Konda und Hijikata fortsetzen, ihre Formation zu diskutieren. Aber plötzlich hat Hijikata auf mich geflogen. So, Yukimura. Wie geht's dir? Ähm, was möchtest du tun? Ähm... Hey Klinger, habe ich euch schon mal gesagt, dass es mir eure Frisur gefällt? Ich glaube, da fült es mich die Schurken an. Ähm, was? Du bist nicht aufgeteilt. Wie sollst du dich in Kemo teilnehmen? Ähm, ich kann auch gehen? Du bist nicht aufgeteilt. Du bist nicht aufgeteilt. Du bist nicht aufgeteilt. Du bist nicht aufgeteilt. Ich würde gerne mitgehen. Ja. Kann ich? Kann ich wirklich gehen? Nein, verarscht. Ich habe mich aufgeteilt, verwirrt, und Okita lacht. Ich würde gerne gehen. Es ist nicht so gefährlich. Ich würde mich nicht aufgeteilt. Ich werde mich nicht aufgeteilt. Ich würde mich nicht aufgeteilt. Ich werde mich nicht aufgeteilt. Es wird euch nicht aufgeteilt. Ich werde mich aufgeteilt. Wenn ich nichts lautốc proven bin. Okay, gut. Ich werde dir recht so aufgeteilt. Wir sind gleich im Messer und unschwerden. Ich finde, da muss ich nichts tun. Dichbleiben. Hat er gerade geredet ohne seinen Mund zu bewegen? Kannst du das einfach nicht? Ja, hat er. Ich hab's gerade im Stream gemacht. In the early days of the Tokugawa Shogunate, Nisho Castle was the place for the Shogun to stay on his way to the capital. It's been a while since the Shogun actually stayed in it, though. We'd met the Shogun on the road and began our escort about 30 minutes earlier and arrived at the castle relatively recently. By now I imagined Kondo, Nagakura, Inoue and the men were greeting the officials and other important people in the Shogun's retinue. Hallo Pika! Welcher Pika? Hallo! Emblem! Pika! Baum! Und Baum, you know. Well, I've got the job to do it, too. It was my job to tell soldiers when to change shifts and to carry messages back and forth. A glorified errand girl, in other words. I don't see myself as being useless, though, I think. Hey, so was is wichtig! Yeah. Um, I've come with a message. Hallo Pika! Mirai! Mirai, Kionos Ladybug! Mirai, Kionos Ladybug! Oh nein! Mirai, Kionos Ladybug! Ich bin nicht hier, um spielen zu lassen. Und ich bin auch nicht hier für eure Unternehmung. Nein! Wir sind nicht hier, um dich zu unternehmt. Ach, nicht schon wieder. Dann hast du auch eine richtige Kutane. Was machst du? Ich komme hier, was ich tun kann. Wollt ihr, wenn ihr die Spiele zu spielen möchtet? Wollt ihr, wenn ihr die Spiele zu spielen möchtet? Wollt ihr? Der Stief geht jetzt um. Er bezahlt seinen Respekt zu den Menschen in dem Kastel. Alle anderen werden mit der Frau weitergehen. Entschuldigung. Was ist das? Das ist so einfach? Wo? Pika und... Hallo, ähm... Hallo, ähm... Das ist Liara und Emi. Und hallo, ähm... Moment, mir fällt es noch ein. Liara war es noch. Und... Ähm... Mist. Erstmal Liara. Hallo, Pika. Emi sagt mal Hallo. Hallo. Das ist Emi. Das ist Emi. Emi hat herausgefunden, was das Internet ist. Emi hat herausgefunden, was das Internet ist? Ja, dann sprichst du hier Emi aus, nicht Emily. Deswegen... Ach, alles gut. Ja, ich sag immer Emi. Äh, zu nur Confused Potatoes. Vollkommen in Ordnung. Äh, Emi. Äh, na, na. Oh Gott, Emi. 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 Nein, ich bin kein Emi. Ich bin's irgendwie halt immer gut. Emi-chan halt. Oh, well, now, alter... Arbeit ist Arbeit, also... ... aber ich will nicht in der Welt schreien. Ist okay, Micky. Wir wollten nur kurz Hallo sagen. Hora, DEN TATZ war KITAN. Sasssato, geh! Ist Micky nicht in Sonnenschein? Oh, okay. Ja, Micky sieht gerade so aus, als hätte er ja 30 Burritos gegessen. Was? Was? Frag mich nicht, wie ich auf Burritos gekommen bin, aber ich wollt grad sagen, ja, es sieht außerdem etwas gegessen und ist jetzt glücklich. Und da bin ich auf einmal auf Burritos gekommen. Darf ich kurz noch sagen? Ja. Das hört sich nach extremen Blähungen an. Vielleicht hast du deswegen so schlecht gelaunt. Okay. Micky und I haben wirklich nie auf den besten Termen getroffen, aber... vielleicht ist er ein responsiv PERSON! Yay. After he shooed me away, I continued attending to my duties as a messenger. In den Surroundings of Nicho Castle I could see the Warriors wearing a white uniform, which was different than the afternoon uniform. Ja? Der Burrito war schlecht. Der Burrito war nicht so nervös. Er dachte, er war ein Burrito, doch zwar Dio. Er war ein 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 Dio. Er ist faszinierend. Oh, deswegen warst du, wir sind so weit das war die Kapitel-Vorschau, nicht wahr? A sudden chill ran down the length of my spine. I froze. I knew the feeling. A length of cold steel seeking entry into your flesh. Eyes shining with a lust for blood and violence. Since I'd begun living with the Shinsengumi, I felt it more than once. Bloodlust. My eyes were drawn to the roof, where no one would think to look. A large wall cast a shadow, shielding a section of the roof from the moon light. There I stood. You. There it is. Sieht sehr, dass jeder von denen ein Tier repräsentiert, ich meine, wir haben hier eine Schlange links, wir haben rechts einen Drachen, repräsentiert er dann vielleicht auch irgendwas? Sie sahen sehr distinktiv, ähnlich wie irgendwelche Soldaten, die ich vorher gesehen habe. Aber 3 sets of piercing eyes gathered my thoughts, making it hard to think. Emi hat verpixelt the party. Echt? Ich nicht. Emi, sag mal was. Was? Ich wollte, er wird eigentlich nur so bonisieren, dass du vielleicht noch da bist. I had recognized them. Now I had to put names to faces. Ja, zwei von denen kennen wir schon, den dritten hast du von den dritten hast du schon gehört. Pika, Baumbeschreibung? Wie habt ihr mich denn beschrieben? Da, Warrior Record, Baumbeschreibung. Wir könnten den dritten Namen jetzt auch nachgucken, aber das lasse ich lieber. Ja, wie haben wir denn Pika beschrieben so als Baumbeschreibung? Pika ist ein wunderschöner Baum der Harmonie, der gut singen kann vor allem. Ein singender Harmoniebaum, das ist eine schöne Beschreibung. Wie aus was? Ich hab grad Flashbacks und das bekommen, alles gut. Ich hab grad Flashbacks und das bekommen, alles gut. Chikage Kazama. Kyuju Amagiri. Und den Typen, den wir mit unserem Gerede reingelegt haben, Kyoshira Nui. Klinge, lass Pika in Ruhe und leg die Axt weg. Sie wurden mit Satsuma und Choshu verbunden, und sie machten einen Effort, um den Shinsengumi an Ikeda zu verhindern, und wieder an Hamagiri. W-W-Wie bin ich hier? Das ist das Wieso, was ich hier bin? Wie soll ich hier sein? Wie soll ich hier sein? Nein, das war eigentlich nicht unsere Frage. Unsere Frage war wirklich, warum seid ihr eigentlich hier? Nicht, wie seid ihr hier reingekommen? Wie soll ich hier sein? Ich bin hier ein Dämon. Ich bin hier eine Meinung. Wir sind hier hier und ich habe dich suchen. W-Wait, ihr kennt unseren Namen. Hi. Was? Ich... 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 Slightly... Irritated. My heart was pounding so hard, it could burst. Why do these men know my name? I... 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 A Dämon? A Dämon? What do you mean? And what are you here for? No. You must be joking. Oni was shirrnudad. Ach du kennst die Geschichte gar nicht, Cax? Es ist komplett blind? Ja. Ja, es ist komplett blind. Nur Emi weiß, wie es auf geht. Ja, ich weiß alles und das ist so... Da weißt du, wie ich mich fühlen... Da weißt du, wie ich mich fühlen darf, wenn wir in den Kujishi spielen. Okay. Da bin ich nämlich derjenige, der alles weiß und ihr beide wisst nichts dazu. Da wirst du auch mal realisieren... Wie hat das eigentlich... Ich lasse euch dann übrigens auch mal die Entscheidungen treffen beim ersten Run und wahrscheinlich mich selbst in den Kopf schlagen, was ihr da tut, aber ich lasse euch trotzdem entscheiden. Verraten. Der Titel läuft nicht hier die ganze Zeit rum. Der Titel, Omaira Moshimiriunani! Omaira Moshimiriunani! Omaira Moshimiriunani! Omaira Moshimiriunani! Omaira Moshimiriunani! Omaira Moshimiriunani! Ja, das ist der Fall. Woran erinnert mich das jetzt? An irgendein Anime erinnert es mich, aber ich weiß nicht mehr welcher es war. How does he know my secret? I've never revealed it to anyone before. Well, I... We had struggled to come to mind, and just as I was about to deny their accusations... Huh? Was? Wurde ich mich, was ich mit dem Kopf schießen und herausfinden, ob das heilt? Stirbst du? Shiradui's gun glistened eerie. Oh, fuck. Shiradui... ...we will die Schmerzen der verdammten Frau von einer sehr verehrten Frau. Was? Und deswegen lieb ich es übrigens Spiele Blind zu spielen, wegen solcher Reaktionen, what the waaas? Was? 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 Was?